Wer fehlt jetzt eigentlich? Braut Seifer, ne? Ja, Seifer fehlt noch, da musst du seinen PC mal neu starten. Ok. Becker, aber merkst du endlich, dass du mir diesen Eispickel nicht in den Hintern schieben kannst? Oder ich Waffe wechsle? Geht mal einer Bier holen, läuft alles schief hier. Schreibt noch Gregor rein. Und Gregor, übrigens zu deinem Satz vorhin, ich hab ihn gelesen, wenn du der Meinung bist, dass du ab 11 Uhr als normaler frecher Zuschauer hier rumsitzen darfst, dann werde ich dich auch gerne rausschmeißen, das ist kein Thema. Nur weil du ab 23 Uhr Feierabend hast, heißt das ja nicht, dass du auf einmal frech werden darfst, also noch frecher als normalerweise. Leute, macht das nicht mal mit dem Rauch, macht nur gelbe Zähne und eine schlechte Lunge und vor allem, wenn euch mir nahieren, ist das eh verboten. Ob man von rumstehen, genau, ob man vom rumstehen Punkte bekommt? Ich meine, wenn hier alle Nase lang so ein Typ gespawnt, dann ja, ne? Wie seid ihr so hochgelevelt? Rumgestanden! Flachkörper an! Ich bin in die neuesten Eulereien! Ihr seid ja auch noch mit Lästchen gekommen! Flachkörper an! Der war sogar so ein Krondecker nice! Ich sag dazu nur eins! T-t-t-t-t-t-t-t-t tanzen! Warte mal! Ich stehe ihn damit, die irgendwas angespuckt! Ne, ich kriege die nachher raus jetzt unbefällig! Ja, den Berg hoch da hinten ist ein Schnellreisepunkt. Was? Wir warten auf Seifenlord. Oh, bin aufgelevelt. Wodurch das? Loll. Weil wir getanzt haben. Wir tanzen schön. Wir tanzen uns die Punkte zurecht. So, ich glaube, ich werde das doch umsgehen. Man muss doch total anstrengend sein mit so einer schweren Axt und so einem schweren Hammer auf dem Rücken. Ich glaube, ich werde doch ein bisschen umsgehen, dass ich wirklich auf Bogen und Schwert gehe. Ich wollte ja eigentlich Tank machen, aber jetzt haben wir ja schon mehrere Tanks und wir brauchen ein bisschen Damage-Dealer mehr, ne? Obwohl, Fenrir mit seiner MG-Rapier ist natürlich auch wieder was, ne? Also Rapier ist auf jeden Fall Damage-Dealer. Ein bisschen mehr Gesundheit gebe ich mir mal. Dazu tanken mache ich dann einen auf viel Gesundheit, obwohl es ja eigentlich auch Tank-Gesundheit Naja, Scheiße. So, dann hätte ich hier noch der letzte Angriff. Brauch man bis jetzt noch gar nicht, ne? Wir haben halt irgendwie so Cross-Over-Tanks. Wir haben eigentlich so Cross-Over-Tanks, also immer so teils Tank und teils noch was anderes dazu. Ja bitte schützt dich mal bitte, weil ich bin hier grad ein bisschen am Rücken. gucke. Danke. Oh. Wahrscheinliche Crit-Treffer um 10% gerne. Und hier hätten wir noch was. Ausdauerscham wird um 15% verringert, wenn du Nahkampf blockst. Ja, gerne. Warum darf ich das nicht? Achso, ich hab keinen Punkt mehr. Doch, ich hab doch einen Punkt. Lord Seife kommt. Wär cool, wenn es ein richtiges Würfelspiel geben würde, ne? Ja. Sammeltempo erhöhen bitte. Und Aufbewahrung. Ach warte, der Schuppen hat auch ne Maximalbegrenzung. Okay, dann mach ich die mal höher schon. Ah, wo ist die Liebe für die Fans? Vor allem freche Fans machen das Leben erst schön. Je nachdem wie frech du bist und ich weiß, dass du sehr frech werden kannst. Victory frech ist was anderes wie Gregor frech, wenn er frech wird. So, äh, gut. Tauschhandel haben wir abgeschlossen, wir sind alle wieder da, ne? Nein, ich bin ja immer noch gelb hier. Mann, ich will eine andere Farbe haben. Ich will eine andere Farbe haben. Ich will lieber blau sein. Ich hab aber grad die Meldung gekriegt, dass Seifenlord beigetreten ist. Genau, blau gibt's noch gar nicht. Warum hab ich hier blau? Ah, jetzt. Da oben steht er. Jetzt. Sekunde, machen wir eben mein Fenster wieder zu? Da hast du dich jetzt im Ladebildschirm. Achso. Der ist auch Rückzug. Weißt du, wie engreifend andere Robben wird geklatscht? Nee! Ja, ist ja immer so. Ich bin ja wieder Gruppenantüre anscheinend. Deswegen hab ich da so keine Ahnung. Gut gehört. Wer hat die meiste Kohle? Ganz einfach Geschichte. Aber da brauch ich nicht. Wer hat denn jetzt hier noch ne Quest zu malen? Ich hab hier oben noch eine. Ich hab hier oben noch zwei. Ja, ich muss zwei Kiffen suchen. Dann zuerst Decker sein. Äh, okay. Ich muss ab. Ich hab halt die Schafsjagd, ne? Dann lauft mal vor. Wir laufe ihn her. Ja, Decker gibt gar nichts. Und ich bleib eh nichts anderes über sich als hinterher zu laufen, weil wir sind irgendwie schwerer als die anderen. Moment. Sie ist irgendwo da drüben. Was ist denn das für ne blöde Karte hier? Silber! Oh, hier ist Verderbnis. Hallo, du sollst Kisten holen, nicht Eisen. Das ist Silber. Äh, bitte, bitte, ne, bitte, äh, weil hier ist Verderbnis. Silber, Silber. Aber nur auf dem Gebiet, wo du dann stehst, wo dieses, dieses bisschen, wie sieht das aus Verderbnis? Ne, in die Richtung, wo Decker reinlaufen will anscheinend, glaub ich, oder? Wo ist denn Decker schon wieder? Unter mir. Okay. Also hier ist keine Verderbnis, sobald wir mehr in die Richtung gehen, das Verderbnis. Was? Nein. Wenn du hier rein gehst, kommt Verderbnis. Also ich muss hier anscheinend irgendwo hier sammeln. Kisten, oder was? Ja, irgendwelche Kisten muss ich hier sammeln. Okay. Du musst die Frage, ob wir die alle sehen können, oder nur du sie sehen kannst, ne? Ja, hier ist eine. Hier ist noch eine, wo ich stehe. Was ist denn du? Äh, rechts von dir. Bei mir hier ist auch eine Kiste. Ach ne, das ist ja Blattfuß. Ja. Ich kann von den Stimmen noch nicht unterscheiden. Äh, DKS? Ich seh noch gar nicht. Also ich bin bei Decker jetzt. Ja. Die anderen, da hinten ist Lord Seife. Genau. Und den Rest seh ich grad nicht. Wo ist Sid, verdammt sagst? Ja. Hier. Haha. Sid hat orange. Sid hat orange. Wo ist? Ach, orange ist irgendwo links von mir? Hä? Hinterm Stein irgendwo? Geht's hier rein. Da ist er verdappt. Da ist er. Ja. Ja. Äh. Hauptdecker. Hier ist die Kiste. Vorratlager. Mal gucken, ob das hier auch ist. Jo, das war Nummer eins. Ah, für mich ist auch blinderbar. Dann guck mal mit. Hier neben ist die zweite. Ach so, du bist jetzt da reingelaufen. Oh ne, heavy chest in grün und leichte Stiefel. Wir waren schon im Handy ja gelaufen. So, ja. Und jetzt, äh. Ja. Ich, ne. Hier sind zu viele Leute. Ja. Geil. Verwirrt mich ja auch grad total. Hier auf der linken Seite? Ja. Warte. Fertig. Ich nehm auch nochmal was raus. Ach, hier ist wieder Verderbnis, Leute. Und. Heavy Feeds. Wollen wir jetzt den Streis? Robin, wozu nicht hammer nehmen? Nö. Ich hab'n Beil. Estabgeschlossen oder nicht? Ne, ist es abgeschlossen, jaja. Okay, dann die zweite. Wozu Werte ist Decker schon ab? Ne, ist hat beides gezählt. War beides 1. Ich bin Decker schon wieder nicht. Das war ich mal. ich habe deine waffe im mini format wer jetzt wohin ich habe noch ein lager gesetzt lager gesetzt wo ich noch eine quest ja genau soll aber das drüber nehme ich noch weiter da unten das silber nimmst mit oben läuft dran vorbei da stand noch keins ist es wollte ich würde ich lassen die in rot angezeigten sind die die sich selbst als pvp markieren ich habe die ganze zeit immer hier ein von diesen zombies der halt ich gar nicht mehr da ist das steht da und keiner sieht ihn außer ich ich habe schwer ich muss den lebensstab level da fehlt mir nicht mehr viel dann habe ich jetzt auch der ab oder hat wird mich verarschen werden wurde ich sehe euch mal wo ihr seid über plattfuß ich bin so ein plattes und ich stehen hier wir stehen weiter nördlich ich habe keine ahnung wir müssen nach norden ich sehe jetzt sehe ich euch wieder richtig ist echt so verwirrend die koordination ja vor allem das jetzt stand ja eben nur hinter dem fels ich habe sie nicht gesehen ich habe bei mir diese spieler schilder auf minimum gesetzt jetzt kurz mal bitte mal inventar noch mal durchchecken bitte sorry und bei den grafikeinstellungen kannst du ganz unten menge an spieler namen schildern ja ja ich weiß aber das war nicht das war nicht mein problem aber danke auch jemanden 210er rüstung eine heavy chest plate drop hat vier stärke und zwei konzentrationen 210 rüstwert die jahr würde ich nehmen und kommen ja ja so warte ich mache hast du brot ich habe verschiedene kräuter ich habe hier leichte schuhe mit plus sieben intelligenz 215 rüstwert das macht einen schlaue ich mache dich gleich zum schaf du hörte ich bin noch gar nicht auch keine leichte rüstung von euch ne leichte rüstung nicht boah sit ist in der nähe siehst du eigentlich eigentlich in zukunft wenn man zitmer verlieren sollten er braucht nur einmal so ein donner zu machen oder ein bisschen nackig aus und sucht nicht hier drin schon was luten weil ich die quest weiter oben angezeigt ja hier gibt es noch ja aber die zählen mir nicht die kann ich nicht nämlich muss noch ein zweiter laufen hier proviantküste er ist noch so eine vorwärtslager truhr gewesen da hatte ich eben eine quest die habe ich schon gemacht muss noch ein zweiter laufen ein langstab des ein lebensstab des weisen haben wir jemanden der mit lebensstab handiert ja ich war nicht ich halte nebenbei so ein bisschen ja dann hätte ich ihn gerne ein anderer wer will also also wer hat 217 würde ich nehmen wenn er ein anderer möchte da du mehr der heiler bist und noch ein 211er hammer ich habe einen hammer okay hier ist ein wolf der hat keinen namen was ist denn bitte eine tötung mit hinrichtung markiere dich mal für pvp ich zeig dir das nee weil ich habe hier eine leichte hose bekommen 229er rüstwert wieder gebunden macht 8 intelligenz mehr haut aber auch heilende hinrichtung nach einer tötung mit hinrichtung erhältst du 8% gesundheit zurück hat jemand heute noch 25 nein oder weiß gar nicht hier ist ein hund zum häuten warte mal ich habe relativ oft gehäutet ich gucke mal wo waren das fähigkeiten ne das war dann spurenlesen und häuten ich habe 24 aaaah schafe suchen also von dem normalen heilung werde ich von Sid jetzt öfters geheilt vielleicht haben sie es jetzt mal gepatcht dass es funktioniert ich finde hier in einer tour unten komischen kram ein sperr möchte von euch keiner oder ne so von hinten einfach in den rücken knallen sorry ok martis martis ein bisschen links halten hier stufe 17 gebiet häuser egal ich wollte kurz gesagt haben dass ihr bereit seid die machen nischt sicher hier ich glaube er hat das gefühl dass der bock hat der hier vorne der hat so richtig bock zu sterben gerade lol hier muss ich jetzt 8 kisten oh warte mal der hat noch was fallen lassen hier oh muss ein rundschild bei mir warte wie viele kisten 8 jaja alter können die den scheiß nicht alleine holen ich meine im flasen ist gleich voll ich werde dann wahrscheinlich gleich nichts mehr nehmen können immer noch bis zur hälfte habe ich noch ich bin auch voll ich bin grad lang was wegwerfen wird verstören dass du voll bist ist schön weil ich trinke wasser oh wat ich bin hier in einer tour dabei neue bessere rüstung anzuziehen die auch noch leichter ist als die davor krass ich hab milch gefunden ich hab schon zwei stehen hier auch noch welche rum bestimmt ich trink nur kokosmilch hier drin sind keine das ist schade ach hier unten sind noch Häuser okay ach hier unten sind noch Häuser das verstehe ich jetzt nicht ich hab jetzt hier oh oh auch jemand in der 208 sind noch Streitakt braucht auch jemand die musketierstiefel des Pringranten ich hab den Chat reingeknopft wir haben einen Rockel äh wir können uns da gerade wenig drum kümmern weil hier sind so ein bisschen fiese Gegner manchmal mein lieber wir sollten vielleicht für so eine Handelsaktion erstmal wieder rausgehen und ich bräuchte bitte mal Heilung guck mal Leute ich kann hier nur eine Eis Stachel geben aber den wirds ja nie also cool wär echt hier so eine Gilden Lagerhaus wo jeder sein Zeug reinschmeißen kann und die ganze Gilde halt drauf zugreifen könnte das wär halt echt cool kann mich nicht bewegen warum nicht ich würd sagen selber schuld das ist ne Fähigkeit von dem Anschuh da ich mich selbst einfriere ja da musst du kurz vorher wahrscheinlich Heilkreis bilden und dann einfrieren damit mir ein bisschen Zeit das zum heilen ja vor allem hab ich dann äh Schutz ähm so mein ich ja ja klar ja stehen es sind viel hier hier ist ziemlich viel Action Leute ich glaube wir sollten langsam mal doch woanders umgehen ja das muss doch hier noch was machen ja ich hab erst zwei Kisten ach du scheiße okay dann müssen wir mal da in die Mine reingehen oder? ne doch nicht warte mach ich was ich bin hier unten noch bei zwei Häusern grad müssen bestimmt hier rein in die Mine ja Moment ich hab hier unten zwei Häuser noch zu looten Peter wäre so interessant aus die Mine hier sei Peter oh nice wo ist ein salziger Peter hier drin also ich hab hier ne Vorratskiste in der Mine gefunden definitiv hier ja ich kämpf mich hier grad durch ich wollt's nur gesagt haben ähm was ich ein bisschen merkwürdig finde ich hab jetzt hier zum Beispiel äh Stiefel die 10 Punkte Rüstwert voneinander Unterschied haben aber wenn ich sie ausrüste ändert sich nicht mein Gesamtrüstwert ja wer weiß ja ja wegen dir wird bestimmt gleich der Zerber wieder abkacken ja bestimmt ich bin da wieder schuld Alter wie viel Zeug ich bei mir habe ich hab jetzt die Hälfte habe ich 4 von 8 dann komm ich jetzt in die Mine ich komm aber unten rein Au Alter warte wenn du unten reinkommst ich komm dir mal entgegen ich steig Axt das Krampfmagie hat's gefunden ja ich hab hier noch Gegner zu machen also ich warte am Eingang auf dich Sid ja ich kämpf mich hier den Weg entlang Aua also manchmal ist der Geschütze ein bisschen äh doof Aua 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 jo danke gerade noch rechtzeitig gesehen ey ah fuck ähm kann mich jemand wieder hochwäsch irgendwie bist du denn ach da hinten bist du in der Mine oder hinter der Mine in der Mine in der Mine ok ach ne mir wurde schon aufgehoben na gut aufgreifen da war hier noch was was ist das hier Sir Peter ist hier Möde nein ich heb's auf ich kann's nicht ja wie gesagt ich bin eigentlich so ziemlich voll mit Inventar Sid hier links ist dann die erste Vorratskiste auf der linken Seite steht sie gleich ach Decker kommt auch gerade wunderbar Hilfe hinter dir Aua 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 Die wollte ich ja eigentlich zerstören, die Dinger hier. Ne, so. Und was haben wir hier? Eine schlechtere. Eine Konstitutionshose braucht wahrscheinlich keiner mit 219, ne? Und einen leeren Sockel. 219 Hose? Ne. Dann hab ich einen besseren. Ok. Jetzt hat's mich auch mal erwischt. Ne, wo bist denn? Am Anfang, da sind wir 3 und Tote jetzt gerade. Vielleicht wär's cleverer, wenn wir nicht alle getrennt laufen würden. Ne, ja. Hier ist übrigens noch ein Dokument. Hier ist übrigens noch ein Dokument. Achso, du hast gesagt Kämpfe. Also ich geh dann nach Immerfall, Spawnpunkt. Ne, du bist total voll gewesen. Ach, ist komplett voll? Ah, ok. Ja, ich wurde grad doppelt gecaled. Also ich glaub, ich komm nicht mehr wieder. Oh. Ja, ok. Du bist auch nicht mehr im Blinken. Also, denk mal, künftig sollten wir uns vielleicht auch Zeltlager vorne heransetzen vor einer Quest. Oh, neuer Bogen, sehr schön. Ja, das ist sinnvoll, ja. Nach einer Tötung erhältst du 30% Verstärkung, 5 Sekunden Abklingzeit. Nice! Ähm, ich hab jetzt 6 Kisten von 8. Ah, hier ist noch eine, ok. Alter, ist so viel Loot hier drinne. Ja, toll. Fingert am Strand draufgekommen. Oh, Batsch. Am Startpunkt. Äh, jetzt hab ich auch mal schon Söldner. Was ist das hier? Keine Ahnung. Nicht looten, schade. Ach du. Zweifel hat äh, 1, 2, 3, 4 Gegner. Ja, ich renne nicht umsonst weg. Uaaaaah! Ja, lauf drück, lauf drück, lauf drück, lauf drück. Lauf drück. Lauf drück drück. Lauf drück. Lauf drück. Lauf drück. Trennt sie voneinander. Dann sind sie leichter zu besiegeln. Ich hab die letzte Kisten gebunden. Das heißt, ihr könnt die Beine die abnehmen und laufen. Ne, jetzt ist es wohl ein Gegner. Wir haben uns mal drum gekümmert, statt wegzulaufen. Ach der hier ist schon wieder im Rückzug. Boah, der ja nicht. Au. Boah, ich seh nichts, Leute. Ich seh immer so irgendwelche magischen Effekte. Äh, äh, Heilung kommt. Oh, ja, bitte. Oh, T. Loil. Äh, ja, ja. Nichts. Wie gesagt, ich hab jetzt die DQs alle fertig. Nice. Dann raus hier. Ja. Ja. Wo war der ausgeräumt? Äh, hier da drüben. Ich würd da in Richtung Tageslicht gehen, ist vielleicht ein Hinweis. Aber ist es dunkel drin. Macht damals einen Sinn. Hallo, Gegner. Äh, Sky-Eye? Sky-Eye? Ich hab da nicht gefragt, ob ich zerlegen kann, weil die gebundenen Sachen kann ich zerlegen mittlerweile. Ich weiß nicht, ob das Gebäude ist oder ein Bug ist, aber ich hab bisher alle gebundene Sachen zerlegt. Ich glaub, das ist einfach nur in der Beschreibung falsch. Denk ich auch, ja. Oder es kommt erst noch, dass es noch nicht richtig implementiert ist oder so. Ich weiß noch nicht, wofür ich's außer Patronen brauche, aber ich hab jetzt 42 Salpeter aus der Mine raus. Das ist nice. Holzkohle kannst du auch super am Schmerzofen machen. Einfach Holz rein schmeißen und dann kriegst du Holzkohle. Ja, hab ich ein bisschen was davon. Wirst du bestimmt auch brauchen für deinen Schießpuffer dann. Mal ein bisschen Abstand nehmen hier von dem rumgekämpfe, dass wir hier mal kurz unser Inventar durchchecken können, würde ich vorschlagen. So, haben wir also wieder alle beisammen. Ich zähle vier. Wo ist Platzwuchs? 1,2. Achso, der ist ja, ähm, ja stimmt ja. Der ist ja, äh, gedingenst worden. Oh nice. Ja, der hat eine schwere Rüstung. Ja. Ui, das ist ein besserer Helm. Die 200 Rüstung mit Geschick und Konstitution und einem leeren Sockel, wolltest du die jetzt haben oder nicht? Du mal kurz weg, ich mach mal kurz Pause. Ich hab 210er mit vier Stärken und zwei Konzentrationen. Okay, jetzt ist, okay, gut. Dann lege ich die. Ich hab 202. Ich hätte noch 110er Handschuhe. Oh, hier ist ein Gegner. Mann. Ne, dafür hab ich schon nur 28. Okay. Wir wollen der Feuer aufschloben. Decker, oder? Ja. Ich wollte mal den Feuerstab austesten. Ja. Achso. Ja, lass uns mal hier weggehen, ne, weil wenn die spawnen ja wie... Ja, 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 ja. Aber wenn ich einfach eine schnelle Reise zur Stadt machen? Ja, stimmt. Achso, ja, 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 ja. Ja, Rückenhof in den Gasthof. Achso, ich hab, ich hab Azzot. Okay. Wollt dann doch, dann kommen wir. Ja, Rückenhof in den Gasthof kostet nichts. Achso, okay, ich mach laufen, verdammt. Ja. Dann auf zum Gasthof. Ja. Ja. Decker läuft? Wieso? Wieso musst du laufen? Weil mein Gasthof unten in meinem Startgebiet ist. Das war dumm von dir. Das war dumm von dir. Ähm, unten in der Stadt. Ja, ich hab da immer einen Lager da unten hingesetzt. Ah. Und durch dieses Ausloggen ist das Lager natürlich weg. Achso, hast du dein Stream jetzt eigentlich wieder gestartet, mein Lieber? Nö, nö. Okay. Aber der Gasthof, wenn du den einmal anklickst, dann hast du den immer, ne? Sicher? Yep. Ich bin gestern in Immerfall gespawnt, obwohl ich in, wie heißt das Ding, Lichtholz gestorben bin. Und vorher war mein Gasthof aber in Evermore, oder wie das Ding heißt. Aber da ich vorher, da ich vorher, also, pass auf, also, jaja, du hast immer nur einen gleichzeitig, wo du dann zurück, äh, äh, dich porten kannst, manuell. Und ich war dann in, äh, Webmore, wie heißt denn das scheiß Ding jetzt hier? Webermore. In Webermore war ich, äh, mit Gasthof drinnen und da bin ich aber zurückgelaufen, wo Sid dann schon weg war, alleine zurückgelaufen, dann bin ich in Lichtholz gestorben und in Immerfall gespawnt, weil in Immerfall hatte ich davor zuletzt den Gasthof gehabt. So ist zumindest unsere Theorie. Okay. Alter, bis ich mich hier zurecht finde, in der Stadt ist, glaube ich, schon Weihnachten. Oh, du kannst für diese komischen Magen, die du von deiner Fraktion kriegst, auch mal Patronen kaufen. Mach einfach mal ne Stallreise in die Stadt. Ja, Patronen kannst du kaufen, aber ich würde die Patronen vielleicht doch lieber craften, weil dann kriegst du dann, wenn du immer mehr craftest, dann später immer mehr raus. Du kriegst sogar einen Bonus an, äh, Menge, was du rauskauftest und alles. Ähm, habt ihr schon gesehen? Für 300 von diesen Magen gibt's verstärkte leichte Handschuhe, 208 Rüstungswert, 33,8 Elementar, 33,8 Physisch, 4 Intelligenz, plus 6 Konzentrationen und Körperschutz 1, 1% Abduktion von physischem Schaden. Was auch immer. Ja. Gesundheit. Das bringt nichts, das vorzulesen ist. Ich glaub, die meisten sind so, die müssen sich das selbst angucken, um zu sagen, ob sie das brauchen oder nicht. Danke. Oh. Ich mach mir da ein paar voll. Ach, Scheiße. Hast geklickt. Hat mir ne Quest. Ich schaffe 250 Wasser. Loll, echt? Das geht auch. Ja. Äh, ich versuche erstmal was zum Kochen zu finden. Was hab ich dann noch hierbei? Ich hab noch ein bisschen Eisen. Ein bisschen Eisenerz. Äh, Eisenerz. 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 Wo ist der Schmerzofen? Ja, cool. Geil. Äh, öffnen. Der Schmerz. Sollen wir das jetzt eigentlich selber machen oder? Je nachdem der Sit. Ach so, ja, Scheiße. Stimmt. Mag Schmerz vergessen. Ja, dann macht das in Zukunft mehr Sinn, wenn wir das dem Schmied geben, ja. Dann kann er nämlich alles gehen, was er dafür braucht. Okay. So, ich bin zurück. Sehr schön. Küche. Hast du was gesagt? Ne, der Plattfuß war nicht mehr da. Ach so. Ich hab grad kurz Besuch gekriegt. Wo war nochmal die Küche? Wo läuft denn nochmal der Sit? Der steht bei der Barodest-Tafel und deckt sich mit Klamotten ein. Der steht irgendwo mal neben hier. Nimm mal den hier. So, dann zerlegt er jetzt noch schnell das Zeug. Ich weiß nicht, was er nicht? Oooo. Äh. Äh. Was ist denn jetzt? Ich wollte dir das jetzt geben. Äh, wie viel ist es denn? Los. Ok. Okay.